Hast du schon mal was von dem Begriff Touchstarvation gehört? Ich nicht und deswegen bin ich bei diesem Video direkt aufmerksam geworden. Und zwar ist es von Healthy Gamer GG zum Thema Lasst uns über Touchstarvation sprechen. Touchstarvation ist im Prinzip so etwas wie ausgehungert sein nach Berührungen. Und ich glaube, dass das einige Menschen haben und es sich nicht eingestehen wollen. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in der man immer unabhängig sein muss und stark und hart. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr spannend. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und über ein Abo auch. Und unten in der Beschreibung ist das Originalvideo. Wir schauen uns nämlich von Dr. Karnoja jetzt dieses Video an. Hier steht doch, er ist ein verifizierter Arzt aus Amerika. Er ist Psychologe und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, was ihr zu dem Thema sagt. Denn es gab nämlich eine Dame, die sich getraut hat, über dieses Thema zu sprechen. Aber das sind ja nämlich wieder die, die sagen, äh, du musst nur rausgehen, du musst nur dis, äh, du brauchst ein Verifizierter. Ich fühle mich, ich bin ja. from like touch starvation y'all i don't this isn't i don't i don't get hugs i don't know i feel like if i were to get the kind of hug that i can really want i would crumble into pieces how do you deal with that i really like need to be like touched and i know someone's gonna say like okay go to the salon and get your hair done or get a massage or or get your nails done right so someone can hold your hand none of those people love me oh das ist ja heftig ich glaube das hat jetzt keiner gesagt aber sie nennt diese beispiele wahrscheinlich hat sie das schon mal von irgendwelchen gehört also zu sagen geh lass deine nägel machen dann fasst ja jemand deine hände an das ist ja auch eben nicht das berühren was man eben möchte those people love me yeah genau right but i am really i really struggling i'm really struggling with like i don't i don't get hugs that's it could be like maybe a hello you know whatever maybe um but it's not enough i don't know how i don't know how you how am i gonna go the rest of my life da schreibt auch jemand das ordate a man ist auch was das leute sagen dann date halt den typen dann kriegst du auch eine umarmung aber das ist halt nicht das gleiche deswegen frage ich mich auch immer es gibt ja quasi diese kuschel cafés auch beispielsweise wo ich mich immer frag vielleicht hilft es für den moment schon dass du einfach diese berührung hast und jemand da ist der den kopf streichelt aber am ende des tages weißt du ja trotzdem das ist jetzt keine person die das macht weil sie gerne bei dir ist und das gerne für dich macht und ich glaube auch dieses gefühl dabei ist halt auch einfach wichtig also ich glaube dass es schon erst mal helfen kann und dieses gefühl dass das körperliche gefühl dann erst mal schon unterstützen kann ich glaube das kommt aber auch von person zu person an aber gerade so dieses ich werde geliebt und von jemandem ganz innig umarmt so ich glaube ganz ehrlich erwünscht sich das denn nicht ich finde es aber trotzdem wieder interessant wenn wir die seite spiegeln es gibt auch leute die mögen das ja gar nicht also sei es irgendwie angefasst zu werden oder umarmt zu werden aber die müssen es halt kommunizieren das ist so um das ist um heavy stuff und ich hate zu sagen das aber ich denke sie ist spot-on um i think she's really tapped into something that i think we've sort of struggled with so let's like start by understanding a couple things the first is that this is not a isolated experience i also think something that a lot of people don't realize is that this is also not like a gendered experience the other really interesting thing is even if you talk about some of the stuff around like neurodivergence and people who don't like to be touched i've heard a lot of people who are neurodivergent and don't like to be touched but are also starved for touch they're still longing for it and they're in some ways like in an even trickier situation because their body and we'll talk about this in a second needs exactly what everybody else needs but their somatosensory cortex doesn't even allow them to engage in it so like what's going on here so i think what we're seeing so we've seen that there's a lone loneliness epidemic some i'm making a script ready to hikikowori and it's ja auch jetzt kein phänomen was es nur in japan gibt du weißt den begriff aus japan hatte das wird immer mehr und ich glaube seit der pandemie gibt es immer mehr dieses sich selber zurückziehen und ich habe es teilweise ja auch gemerkt also kannst ja alles mit deinem handy machen du bestellst sogar selbst im supermarkt deine lebensmittel her du musst ja theoretisch gar nicht mehr rausgehen und man meidet dann irgendwann auch immer mehr den kontakt zu anderen dann klingelt es an der tür hast keinen bock den postboten aufzumachen weil du bist ja irgendwie in deinem schlafdress und willst du dich runter wird immer anonymer du kannst auch bei manchen die essenslieferanten angeben dass sie es einfach vor die tür stellen sollen und nicht mal klingeln sollen glaube gerade solche sachen die tragen eben einfach dazu bei auch irgendwie so dieses ich weiß nicht wie es euch geht ich finde es ja gut wenn wir als menschen unabhängig sind und dass man auch ohne jemanden klar kommt aber ich habe auch das gefühl dass so diese bewegung und so dieses ich brauche ja niemanden auch irgendwie dazu führt dass wir alle so einzelgänger irgendwie werden mittlerweile sie brauchen die man ich schaffe das selber ich bin strong was ja auch gut ist dass man sich einfach nicht mehr eingesteht dass man schon auch mal jemanden braucht der für einen da ist bei mir ist nämlich auch so ich muss nämlich auch eigentlich immer so die starke schulter für viele sein und habe irgendwie dann total vergessen mir geht es halt auch nicht gut ich brauche auch jemanden und da muss man halt wirklich darauf achten dass man das einfach zulässt und es ist damit zeigst du stärke sondern keine schwäche ich glaube niemand ist gern allein ich werde auch nachher noch was interessantes ansprechen die meisten von mental illness sind die meisten von mental illness sind wie worse denn sie haben die percentage von people who have never been in a romantic relationship ist rising astronomisch die percentage of people who have never had sexual relations is also rising astronomisch die number of people who have never had a friend or have zero friends is also rising so i think this is going to be kind of weird like we're going to talk about science for a second but i think this goes like way further than science so the first thing is let's talk about the physiology of like touch starvation and there is a ton of physiology to it so and it's not just oxytocin so there's one hormone that's kind of like our bonding hormone this is oxytocin so oxytocin is what's released when we like cuddle with other people like when like we look at parent-child bonding and when you like cuddle with something like you get a spurt of oxytocin oxytocin does things like calms down your nervous system reduces your stress hormone response it's kind of like inversely proportional ja das haben manche einfach nie ne ich habe auch jemanden meinen bekannten kreis mit der person möchte ich unbedingt mal darüber sprechen ob die person ist auch öffentlich dazu bereit weil einfach es so krasses wie manche menschen einfach so komplett vereinsamen und da auch nicht rauskommen also wirklich so sagen ich bin so einsam ich halte es nicht mehr aus und ich glaube da gibt es ganz 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 viele menschen da draußen die wie er schon gesagt hat auch noch keine beziehung hatten und das alles nicht erlebt haben und ich finde es einfach so verrückt wenn ich kenne so viele tolle menschen in meinem bekannten kreis die einfach seit zehn zwölf jahren teilweise männlich wie weiblich einfach gesagt haben ich finde keinen partner keine partnerin habe aufgegeben wo ich mir denke oh mein gott so das ist so traurig und ich weiß ja dass es denen damit auch nicht gut geht manche finden sich dann mehr oder weniger damit ab ich glaube es gibt da draußen die auch leute die sagen passt für mich aber wir reden da gerade über die leute für die es schrecklich ist und ich glaube das gefühl zu haben ich bin machtlos ich kapituliere jetzt und werde niemanden haben und dieses körperliche verlangen dass man das einfach nicht hat dass man einfach gerne jemanden haben wird der da ist ein anfasst ein liebt das ist glaube ich ein unfassbar schmerzvolles gefühl und ich bin echt gespannt was ihr in den kommentaren dazu sagt ob er auch von diesen touch starvation gehört hat oder ob er sagt es beschreibt hat einfach genau das was ich irgendwie brauche es ist auch so ein unterschied weil sie vorhin gesagt hat ja nägel machen lassen das heißt wie entweder du hältst mit jemandem wenn du zusammen bist dann die händchen so oder so oder jemand streichelt während dessen mit seinem fingerchen über deine das ist so next level was sich einfach nur happy macht so like literally a hug makes us feel better it's not just a subjective experience it's a physiologic experience these signals are also what allows us to be in love ich muss auch sagen ich umarme die meisten menschen also bei mir ist ganz komisch vielleicht kann es auch mir jemand erklären ich lass ganz wenig nähe zu so richtig nahe nähe an also wie soll ich sagen ich umarme menschen schon aber menschen mit denen ich sehr eng bin sage ich zum beispiel schon oft ich mag es jetzt nicht so oft angefasst zu werden also wenn man irgendwie mich immer irgendwie antatscht oder so immer diese die berührung führt es gibt ja auch die verschiedenen sprachen der liebe jeder drückt es ja anders aus es ist manchmal bei mir ganz komisch da ich glaube zum beispiel menschen mit denen ich noch nicht so eine close bindung habe ist für mich voll easy zu umarmen aber mit menschen mit denen ich closer bin extrem vielleicht könnt ihr es mir erklären ich kapiere das selber nicht das ist total unlogisch aber den menschen kann ich dann halt auch sagen so hey mach mal lieber fist bump ist mir einfach lieber aber ich verstehe nicht warum es ist finde ich aber interessant vielleicht kann es einer von euch erklären to feel love so when you cuddle with someone there's oxytocin and you feel love it creates a loving bond between two people but it's way more than oxytocin so there are studies on touch deprivation and the scary thing is that these studies used to be done in orphans was ich oh ja ja in weißen häusern was ich ganz schrecklich finde wenn du jemanden die hand gibst oder umarmst und das ist so eine lommelige umarmung so gerade in der beziehung wenn du so umarmt was wie so eine oma also das würdest du nicht deinen partner partnerin umarmen sondern eine oma es gibt nichts was einem irre macht einfach damit einfach nur so umschlungen werden und umarmt werden da hat mal jemand gesagt dass ich bei grong angestellt dass die person holt sich immer einmal im jahr die beste umarmung der welt ab und jeder der grong kennt weiß der ist halt 1 3 93 92 und umschlingt dich und umarmt dich so richtig arg und das ist so genau der hack den glaube ich jeder einfach einmal braucht und ich habe dann auch so gemerkt okay jetzt ist meine mein hackbarometer wieder so für ein jahr aufgeladen stellt euch bei grong an einfach so eine richtig liebe umarmung we used to have to go to an orphanage to find a group of people who were starved for physical touch das glaube ich gerade in weißen häusern und we study them these orphans in romania now if we want to do a study on touch deprivation where do we go the average person we no longer need to go to orphanages also ich bin ja gerade auch an dieser hikikomori recherche dran das ist eigentlich so gruselig also jetzt wo ich da so deep dive merke ich so oh gott man muss wirklich aufpassen weil es halt auch so bequem ist es so bequem so gehst den deal ein ich bin halt jetzt bequem und gehe aber verliere dadurch halt die sozialen kontakte auch so durch dieses ich kann jederzeit jeden anrufen kann jederzeit mit jedem schreiben ich kann alles bestellen nach hause was ich will auch irgendwelche lieferdienste sei es von amazon irgendwas ich muss nicht mehr rausgehen und da gibt es ja teilweise leute die vloggen ja auch ihren kompletten alltag nur zu hause die gehen ja auch wirklich nicht raus ich glaube man bezeichnet sich auch schneller als ein hikikomori als man tatsächlich am ende ist weil das noch ein bisschen mehr als nur so komplett in sich zu leben oftmals ist dann auch schon ein krasser zustand in der wohnung aber ja wir werden glaube ich so eine isolated community habe ich so ein bisschen das gefühl und ich glaube jetzt auch wo ich echt mehr guckt dass ich mich mehr mit freundinnen treffen rausgehe das tut so gut natürlich denkt man sich manchmal so kurz vor dem treffen soll ich das wirklich machen aber es tut so gut rauszugehen mit leuten zu sprechen leute kennenzulernen auch die sozialen kontakte auch einfach zu haben da ich das auch noch mal ansprechen möchte mich über handy mit leute zu kommunizieren das ist auch sehr wichtig to find people who are starved for touch it's a society where it's become the norm so we see changes in cardiovascular outcomes we even see changes in things like hemoglobin a1c so people who are starved for touch their diabetes is worse we see of course changes with things like cortisol mental health parameters like depression and anxiety ich kann das alles nicht bestätigen was hier gesagt wird deswegen vielleicht wisst ihr es aber wenn es so ist krass glaube generell viele dinge haben auswirkungen auf unseren körper ich finde es krass dass man manchmal sieht was das gehirn alles so mit deinem körper anstellen kann und einzelne dinge die dir fehlen können dann zu solchen körperlichen auswirkungen führen das ist schon verrückt but when a human being gets touched it does way more than oxytocin and this is what's also interesting there was one study that took patients and shocked them with electrical shocks we administered electrical shocks to patients there were three groups of people one group was by themselves one group was holding hands with a stranger third group was holding hands with a loved one in the perception of pain the way that the pain was traveled to the brain the way it was interpreted by the brain the brain's response to getting electrically shocked changes and is blunted and attenuated by human contact and especially by human contact from a loved one it literally makes the experience of life less painful like literally it's not like some like oh like it may like it's easy to but no like literally there's like the the perception and response to a simple electrical shock is attenuated by holding hands with a loved one and what are we seeing we're seeing worsening like diabetes we're seeing worsening inflammatory issues everyone's going gluten-free and keto diet like why what's happening with society why is everyone so prone to inflammation why is everyone so damn starved for touch there are two things that have happened the first is that our society has become increasingly independent we've decided that independence is king in the way that what we should strive for is independence financial independence emotional independence the thought of being interdependent with someone else is something that we call weakness yeah yeah voll gut dass es anspricht das ist ja genau das was jetzt auch letztens thematisiert worden ist ich habe immer auch so das gefühl dass auch frauen sich den druck geben weil sie halt finanziell unabhängig sind dann auch so ein bisschen sagen ja ich brauche alles gar nicht da gab es ja auch so ganz ganz viele frauen die sehr erfolgreich sind die dann auch gesagt haben boah ich sage es jetzt einfach wie es ist ich brauche liebe ich brauche umarmung ich brauche ein partner help so gerade von denen wo man es nie erwartet hat die immer unabhängig sind finanziell und das auch immer so ausgedrückt haben und ich brauche kein mann aber ich finde das muss man sich doch einfach selber eingestehen also sehr cool wenn du finanziell unabhängig bist aber man braucht ja auch nicht nur immer die finanzielle unterstützung des partners sondern die emotionale ich sage auch immer nur finanziell unabhängig bist ist doch schön weil dann musst du noch einen finden oder eine person finden die einfach dich emotional stärkt ja liebe so richtige ehrliche liebe kann man halt nicht kaufen und die muss man finden das ist schon was wo ich oft das gefühl habe dass man sich das selber nicht eingesteht dass man es halt eben braucht und dass es einem fehlt und dann eher sagt nee ich bin bin der einzelne wolf und die einzelne wölfe ich brauche niemanden immer stark sein nee man braucht es auch manchmal vor allem härtet einheit nicht ab sondern es macht dann manchmal auch einfach komisch finde ich wenn du zu sehr zu oft alleine bist das habe ich gemerkt ich bin schon jemand der sich sehr 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 verkriecht weswegen ich froh bin dass ich jetzt auch mit einer freundin zusammen lebt weil ich halt wirklich jemand bin ich merke das auch durch meinen job nicht dass ich dann nur alleine bin und nur für mich und wenn ich dann wieder unter leuten bin merke ich das ist mir nach einer stunde schon zu anstrengend also du wirst auch einfach komisch nach einer zeit und du ziehst dich auch gerne wieder zurück weil dir das leben dann draußen einfach zu anstrengend wird und dann muss man ein bisschen gegenwirken sei es auch wenn sich das andere gut anfühlt also auch wenn es ist einfach nur mal rausgehen allein spaziergang machen so ein bisschen die routinen wechseln dass man nicht immer nur so in seiner cozy höhle ist und ich weiß es ist geil und sich auch einfach das einzugestehen wenn einem etwas fehlt und nicht immer zu sagen nein nein weg damit brauche ich nicht brauche ich nicht ich habe so eine schöne fette umarmung wird uns allen gut tun ich hole mir immer meine umarmungsreserven auf der gamescom ab wenn wir die community treffen da wird einfach jeder umarmt mir egal ob ihr wollt so if you think about a problem in your life what does everyone tell you to do with problems in your life fix them right you should fix it it's your responsibility if you're broke it's your fault on the flip side what we'll also do is we'll blame society and so we'll say it's society's fault that you're broke and i both both angles are correct but both angles are missing something else which is that when i hear you complain about oh you're homeless that's society's problem or it's your problem you know whose problem it isn't it's not mine it's not mine so in our strive for independence each individual in the world has absolved themselves of the responsibility of caring for other human beings because it's society's problem it's the government's problem or it's your problem you need to go to therapy you need to get help you need to start meditating and by the way if you need to meditate guess what there's an app for that you can do it all on your own how is meditation how did it used to be taught people used to go to ashrams they used to sit in a gigantic hall and meditate together so we've yeah das stimmt man macht einfach immer alles nur noch für sich auch deswegen sage ich ja auch homeworkouts sind cool ne und ich verstehe auch dass viele nicht ins gym wollen aber trotzdem finde ich sportkurse die ja auch viele fitnessstudios anbieten viel viel cooler die machen auch mehr spaß einfach so zusammen mit leuten und da lernt man auch echt immer leute kennen deswegen das ist was was ich aber zum beispiel auch irgendwie kampfsport machen oder irgendwelche sportarten wo man in kurse vereine geht das ist immer richtig richtig gut also es dann wieder auch allein zu machen also ich glaube er will jetzt halt darauf aus dass wir durch das handy sowieso wieder angebote bekommen um alles alleine zu machen und nicht rausgehen zu müssen nur dass uns halt die apps keine umarmung liebe geben können ja wer weiß ki kommt ja ne we've decided that independence is king we've decided that the needs of the individual surpassed the needs of the community and we've outsourced the needs of the community to institutions like governments the second thing that we've done is technology and we've decided through technology that we're going to meet all of your needs without needing to interact with another human being so you want to meet people there's an app for that you can do it on your phone you don't have to leave your four walls you need food there's an app for that you don't have to leave your four walls you have to go talk to another interact with another human being good god now even if you look at ride sharing apps they have an option on ride sharing apps we are so tired of interacting with other human beings we can't take a conversation so now i can select something on my app that says don't talk to me heaven forbid you're talking to me is wrong with you you're talking to me i did not invite you to talk to me or interact with me and heaven forbid that you touch me in any way when i was training to be a psychiatrist we are this whole segment gut man muss jetzt immer aussagen man kann es nicht rausgehen leute einfach antatschen ne aber ich verstehe den punkt dass halt so es niemals dazu halt kommen kann trotzdem frage ich mich halt immer noch was macht jetzt halt die dame die halt sagt sie fühlt sich nicht geliebt und sie will jetzt ja ich weiß nicht ob die dame am anfang jetzt meinte sie will jetzt ja nicht irgendeine umarmung von jemandem sie will ja geliebt werden und umarmt werden das ist ja noch mal was anderes aber er sagt halt natürlich um da hinzukommen musst du rausgehen leute kennenlernen um jemand kennenzulernen der dir das halt überhaupt geben kann verstehe ich schon im punkt patience and it's a good segment right you have to be super careful about when you touch another human being and what that yeah and one of my supervisors told me never touch a patient is not allowed within the psychoanalytic and it's like that was hard for me and i listened to them right because there's someone who's crying in your office and like what do i want to do i want to give them a hug but we're not allowed to do that right because they like they need to like manage those emotions on their own heaven forbid you hug them and there's good reasons for that okay so like there's smart so i talked to other people right and i said hey this is like hard for me help me understand they said a lot of brilliant things so the first question is if it's hard for you to hug a patient that's about you you should never hug a patient because it's hard for you to not hug a patient because then you're putting yourself ahead of the patient brilliant i shouldn't hug people to make me feel better and if i feel like an asshole for not hugging someone i should not do something to a patient that alleviates me feeling like an asshole brilliant actually there's a lot of good stuff in there when i also talk to people about is it okay to hug patients and sometimes i hug my patients but there's a way to do it in therapy right you talk to them about you say hey like what does it mean to you what does it mean to me like what does this mean for us we explore what that means but in the rest of society we don't touch people anymore i'm not saying go out there and touch people but like yeah yeah it's ganz wichtig nicht rausgehen leute jetzt einfach antatschen but knurrt doch und wie die war touchstation gemacht so der bahn's immer ding 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 fight someone right you can ask people like hey you need a hug today like you can do that and i think this is what's so challenging is then like then we get into a whole other can of worms das wäre schon cute ne wenn du so auf die arbeit gehst und dann fragt dich einfach so jemand den du kennst so arbeitskollegen arbeitskolleginnen ohne irgendwie jetzt zu sagen ey ich fahre auf dich ab sondern einfach so anstatt zu sagen man gibt sich eine fist bump brauchst du einfach brauchst du mal eine umarmung das ist eigentlich wirklich was was ich so noch nie gehört habe von jemandem außer ich habe richtig geflennt wegen irgendwelchen beziehungsdramen früher aber das ist wirklich eine süße frage man sagt ja oft fühl dich gedrückt ne wir schreiben es auch aber wir machen es nicht und einfach zu fragen und die person wahrscheinlich ist es dann wieder so eine awkward situation wenn es die person nicht will dann zu sagen nee danke aber ich glaube das wäre ganz cute ich glaube dass das das nehme ich jetzt in meinen täglichen gebrauch und umgang mit menschen auf wenn ich merke den geht es vielleicht nicht gut zu sagen brauchst du mal eine umarmung which is like a good can of worms like in in the sense that it's valid because if you go around you're asking people if they want hugs they're gonna call you a creep they're gonna call cops yeah somewhere along the way we become so independent that touching other people makes us uncomfortable like we don't even know how to do that anymore and this is what you end up with a society of people who are disconnected because by the way if you need friends there's discord if you want to talk to someone you can chat right and you know what i i hear your feeling down let me send you an emoji of two people hugging that's what we've come to we've stopped hugging each other and we've started sending emojis of people hugging like what the we've created substitutes for human needs it's not actually fulfilling the need it's a substitute i recently learned that there's a virtual girlfriend app don't have a girlfriend here you go right and now we can get human shaped pillows and we can even get sexual devices and we can we can substitute a relationship in so many different ways and it's only a matter of time before someone takes chat gpt and outsources an api to make a virtual girlfriend who adapts to you and learns like a human intelligence yeah dennoch gibt sie dir auch wieder nur das über den bildschirm und die app und noch nicht und das sage ich noch nicht dass wie jetzt so ein kuschelcafé dass sich diese es ist ja noch nicht so weit dass sich diese ais oder kais was es alles gibt da jetzt wirklich in einer vergnügungspuppen ähnlichen form wie roboter zu kaufen sind die sich schon real life wie menschen anfühlen weil dann fehlt dir ja auch wiederum wenn du jetzt eigentlich in eine künstliche intelligenz verliebst fehlt dir auch wieder das körperliche du knippst es halt dann aus und sagst gut dann halt nur beim bildschirm aber du verzichtest schon wieder auf den echten real life bereich und wisst ihr was ich mich frage wir reden jetzt gerade darüber wenn wir die möglichkeit haben oder er redet ja darüber dass wir die möglichkeit haben diese dinge zu ändern aber was ist mit den menschen die seit jahren alleine leben und halt einfach niemanden finden und ich finde darüber muss man auch echt mal reden die leute die es gerne machen würden und einfach verzweifelt sind und niemanden finden das ist ja genau das was ich auch letztens mit mir dass meinen bekanntenkreis eben hatte der einfach sagt ich flipp aus ich kann es nicht mehr seit jahren und dass es echt tage gibt wo er wahnsinnig wird substitutes 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 und da geht es auch wirklich so um umarmung dieses gefühl geliebt zu werden und why because the individual humans today don't want to give people what they need it's not society it's like each and every one of us this is what's happening right and there are a lot of people out there who are you know as we're watching this are like somewhat like give that lady a hug and that's what i felt too but this is the other problem like it's great that we had that emotional reaction and that she was wrong she shared her experience that resonated with a ton of people but just think for a second at what it takes to get someone to hug that person she's literally got to put something on tick tock that explodes and that's the threshold for human contact that's that's the hurdle she has to jump to get a hug we've got to lower the threshold to help other human beings and so like what do we do about this situation right i think it's like pretty simple we've got to be careful about using technology as a substitute for human needs yeah weil wie gesagt es macht schon auch irgendwie komisch ich weiß nicht wie es euch geht bei mir ist es schon so wenn ich jemand anrufe dann denke ich mir warum ruft die person jetzt an und schreibt mir nicht einfach dass ich mich dadurch schon voll interrupt fühle manchmal wo ich denke so boah man ist nicht über whatsapp klären muss ich jetzt telefonieren can technology be used as a tool to fulfill human needs absolutely but it's crossing the line into substituting and trying to provide the needs in and of themselves second thing that we've got to do is we've got to start stop blaming people for their problems and stop blaming society for their problems we've got to start blaming ourselves for other people's problems which runs completely alien right and that's like literally why i started streaming because i was like you know what i can do more for people it's not about like i got frustrated with like certain institutions that are related to my profession and i i thought they weren't doing enough and they're like good reasons for that right they were like busy with other things like opioid epidemics that were literally killing people and this was these like dormant problems or subsurface not dormant and so y'all can the only way this works i can't do it by myself i can't even do one percent of the work that needs to be done so erinnert ihr euch noch als es für uns von das kann ich mich schon erinnern vor vielen vielen jahren seltsam war dass es wie gesagt in japan so beispielsweise so kuschel cafés gab und services wo du dir so ein boyfriend oder girlfriend mieten kannst es ist da oftmals auch echt nicht sehr sondern wirklich einfach nur zu kuscheln oder auch mädels die sich einfach nur ein boyfriend holen um mit dem daheim zu kuscheln ich glaube mittlerweile kommen wir den immer näher und damals haben es noch alles seltsam gefunden so what people need is hugs like i can't hug everyone on the planet i want to there's a part of me that really wants to i think it'd be cool but like i can't do this on i can stream on twitch i can talk to y'all but like what how close can you and i really get the only way this works is if we start accepting responsibility like we as individuals start accepting responsibility for the needs of the human beings around us and that's hard because if you start doing that it can be painful for you and so that's just the that's the core of the problem because what's happened in our society is we've decided we move further and further along the road of if it's painful for me and it benefits someone else i don't have to do it and i actually agree with you there you don't have to do it no one else is entitled to your sacrifice but that's the problem with society is like people are trying to there's a group of people that's trying to it that feel entitled to the love of others that's not right and on the flip side if we're not entitled to the love of others can we still give it can we still receive it like that that's the thing is like no one no one is forcing you i don't think it's fair to force you but when we're unsere umarmungen und unsere liebe niemanden geben verlernen wir es und vor allem wir bekommen es ja dann auch nicht zurück weil jeder so denkt das schon guter punkt ich glaube man muss einfach mehr reden eine freunde mir zum beispiel auch mal gesagt dass sie oft bevor sie sich von jemanden die probleme anhört sagt möchtest du dass ich dir einfach nur zuhörer dann möchtest du ein rat haben das fand ich irgendwie schon so süß weil ich mir dachte eigentlich guter punkt manchmal möchte man ja gar keine ratschläge sondern sich einfach nur auskotzen und gerade auch auf solche sachen zu achten finde ich sehr sehr cute dass nur wenn wir als einzelne personen uns da öffnen und was dazu beitragen tun es vielleicht auch andere das ist ein sehr schöner satz mit dem caring ja das war doch ein sehr cooles video ich kannte den begriff touch starvation tatsächlich nicht aber ich habe mir sofort darunter eben vorgestellt das ist glaube ich genau das was glaube ich auch also man hat es ja auch mal so wenn man gerade lange allein ist lange single ist dass man touch starvation hat und dass man da auch wirklich nicht von nur irgendeiner umarmung spricht sondern wirklich von jemandem der einen liebt also nicht irgendeine berührung von irgendeinem menschen sondern jemand mit dem eine emotionale bindung hat muss ja nicht immer beziehung sein kann auch eine emotionale bindung sein und dass das gerade bei vielen glaube ich glaube das gefühl ist ähnlich wie wenn du jetzt aus einer beziehung kommst und ein zweier single bist du nicht voll nach einer beziehung sehnst und so ich glaube das ist ja auch schon oft sehr ätzend und schmerzhaft und anstrengend ich bin auf jeden fall mega gespannt was ihr mir zu dem thema alles erzählt und auch hier würde ich sagen fangen wir einfach mal an zu unseren gefühlen zu stehen und uns zu öffnen heißt also nicht zurückzuhalten sondern sich selber einzugestehen habe ich sowas geht es mir so wie komme ich da raus und auch hier wieder scrollt durch die kommentare lest die kommentare die sind so hilfreich da helfen sich die leute teilweise drunter und schreiben sich antworten sich die ganze zeit tauschen sich aus und wissen geil ich bin gar nicht alleine deswegen macht das hier auf jeden fall und auch mal in sich selbst wenn man es nicht reinschreiben möchte in sich selbst so ein bisschen zu fühlen und zu überlegen habe ich das bin ich immer jemand der sagt ich pack das ich mach das ich bin hart ich brauche das alles nicht oder lüge ich mir da selber was in die tasche fehlt mir was oder bin ich einfach jemand der sagt ich brauche es wirklich nicht oder bin jemand der sagt hey bin eher so nicht der touchy typ bzw heißt touchy typ wir reden ja wirklich von etwas emotionalen da bin ich sehr gespannt was ihr sagt ich bedanke mich für euer gehör und eure zeit und sehen uns gleich unten in den kommentaren ich bin sehr sehr gespannt auf die kommentare und würde mich über einen daumen nach oben ein abo sehr freuen und weil sie weitere coole themen habt die wir mal ansprechen sollen tut es ich werde wie gesagt bei meinen lieben kollegen fragen ob wir da vielleicht doch mal wirklich vielleicht ein paar podcast machen und da mal so drüber sprechen also in dem video so ein interview weil ich glaube dass es sehr vielen menschen da draußen so geht und viele sind nicht so offen wie er und gestehen sich das ein und sprechen das problem wirklich an ich glaube das fände ich sehr spannend das werde ich mal ansprechen und dann sehen wir uns in den nächsten videos